Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Die Darmflora, auch bekannt als Darmmikrobiom, besteht aus einer Vielzahl von Mikroorganismen, wie Bakterien, Viren und Pilzen, die in unserem Verdauungstrakt leben. Diese Mikroorganismen spielen eine entscheidende Rolle bei der Verdauung von Nahrungsmitteln und der Aufnahme von Nährstoffen. Sie helfen auch bei der Stärkung unseres Immunsystems und schützen uns vor schädlichen Bakterien. Eine gestörte Darmflora kann zu Nahrungsmittelunverträglichkeiten führen. Wenn das Gleichgewicht der Mikroorganismen gestört ist, kann es zu Entzündungen im Darm kommen, die wiederum die Aufnahme von Nährstoffen beeinträchtigen. Dies kann zu einer gesteigerten Empfindlichkeit gegenüber bestimmten Nahrungsmitteln führen und Symptome wie unter anderem Bauchschmerzen, Hautprobleme, Blähungen, Durchfall oder Verstopfung verursachen. Aber wie können Sie Ihre Darmflora wieder ins Gleichgewicht bringen und Nahrungsmittelunverträglichkeiten in den Griff bekommen? Hier sind zehn Tipps, die Ihnen dabei helfen können. Tipp Nummer 1 – Probiotika Nehmen Sie regelmäßig probiotische Lebensmittel oder Nahrungsergänzungsmittel ein, um die Anzahl der gesunden Bakterien in Ihrem Darm zu erhöhen. Tipp Nummer 2 – Ballaststoffreiche Ernährung Konsumieren Sie Lebensmittel, die reich an Ballaststoffen sind, wie zum Beispiel Vollkornprodukte, Obst und Gemüse. Ballaststoffe fördern das Wachstum gesunder Bakterien im Darm. Tipp Nummer 3 – Vermeiden Sie Zucker und raffinierte Kohlenhydrate. Diese können das Wachstum von ungesunden Bakterien fördern und die Darmflora aus dem Gleichgewicht bringen. Tipp Nummer 4 – Reduzieren Sie Stress Stress kann sich negativ auf die Darmgesundheit auswirken. Finden Sie Entspannungstechniken, die Ihnen helfen, Stress abzubauen, wie zum Beispiel Yoga oder Meditation. Tipp Nummer 5 – Ausreichend Schlaf Auch Schlafmangel kann die Darmgesundheit beeinträchtigen. Sorgen Sie für ausreichend Schlaf, um damit Ihre Darmflora zu unterstützen. Tipp Nummer 6 – Bewegung Regelmäßige körperliche Aktivität kann die Darmgesundheit ebenfalls verbessern und die Verdauung fördern. Tipp Nummer 7 – Trinken Sie ausreichend Wasser Eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr unterstützt die Verdauung und hilft, die Darmflora gesund zu halten. Tipp Nummer 8 – Vermeiden Sie übermäßigen Einsatz von Antibiotika Antibiotika können die Darmflora erheblich stören und ins Ungleichgewicht bringen. Verwenden Sie Antibiotika nur, wenn es wirklich notwendig ist und sprechen Sie mit Ihrem Arzt über mögliche Alternativen. Tipp Nummer 9 – Reduzieren Sie den Konsum von Alkohol und Nikotin Diese Substanzen können die Darmgesundheit negativ beeinflussen. Versuchen Sie, den Konsum zu reduzieren oder noch besser ganz zu vermeiden. Tipp Nummer 10 – Konsultieren Sie einen naturheilkundigen Therapeuten Wenn Sie unter Nahrungsmittelunverträglichkeiten leiden, kann es ratsam sein, einen naturheilkundigen Therapeuten aufzusuchen, der Ihnen BI der Diagnose und Behandlung helfen kann. Tipp Nummer 11 – Meiden Sie konventionelle Erzeugnisse Konventionelle Erzeugnisse schaden dem Darmmikrobiom und bringen es aus dem Gleichgewicht. Achten Sie auf biologische Erzeugnisse, da diese ohne den Einsatz von synthetischen Pestiziden, chemischen Düngemitteln und gentechnisch veränderten Organismen angebaut werden und dadurch dazu beitragen, ein gesundes Mikrobiom im Darm aufzubauen. Indem Sie diese Tipps befolgen, können Sie Ihre Darmflora wieder ins Gleichgewicht bringen und Schritt für Schritt Ihre Nahrungsmittelunverträglichkeiten wieder in den Griff bekommen. Denken Sie daran, dass jeder Mensch einzigartig ist und es einige Zeit dauern kann, bis Sie positive Veränderungen bemerken. Bleiben Sie geduldig, es wird sich lohnen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, unser Video bis zum Ende anzuschauen. Wir hoffen, dass wir Ihnen helfen konnten, ein besseres Verständnis für den Zusammenhang von Nahrungsmittelnunverträglichkeiten und der Darmflora zu bekommen. Abonnieren Sie gerne unseren Kanal und aktivieren Sie die Glocke, wenn Ihnen das heutige Video gefallen hat. So verpassen Sie zukünftig keine hilfreichen Tipps rund um die ganzheitliche Gesundheit. Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen wünschen, zögern Sie nicht und hinterlassen Sie bitte einen Kommentar. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Durch und Durch gesund!